hallo freunde willkommen auf dem kanal ford model a 1929 es ist der 24 10 2021 wir grusen durch frankfurt und fahren zum saisonabschluss in der klassik stadt tatsächlich ist es so dass man mit einem vorkriegsauto nicht so wirklich gerne in die städte fährt weil da viel verkehr ist und weil viel stop and go ist und das ist anstrengend und sehr materialbelastend es ist wundervolles herbstwetter und wir machen halt mal eine ausnahme viel spaß aus 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 Untertitelung. BR 2018 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 So ihr Lieben, vielen Dank fürs Mitreisen. Es war uns eine Freude, bei dem wunderschönen Wetter unterwegs zu sein. Noch eine kleine Anmerkung, natürlich ist keine bezahlte Werbung in diesem Video enthalten. Ich würde mich über ein Like und ein Abonnement freuen. Alles Liebe, bis bald. Tschüss.